Sie werden uns nicht finden, geht die Welt auch unter, haben uns gut versteckt vor all den bösen Geistern, die das Beste stehen. Also mich hat es am Anfang gar nicht auf die Bühne gezogen. Ich hatte wahnsinnige Angst, auf die Bühne zu gehen, musste mich wirklich überwinden, weil ich leide unter Panikattacken und gleichzeitig wollte ich das aber. Ich wollte gehört werden, nicht unbedingt gewundert, gehört. Wir hatten Abende bei der Franziere Ich heute noch. Ich hatte die geilste Zeit überhaupt. Wir kommen, wir kommen mit unserer Welt. Hey! Das Tolle in Berlin der 90er Jahre war, die Menschen haben frei gedacht und sie waren mutig. Das war pure Power, Freude und Losstürme. Der Techno wurde damals geboren und groß auch. Da haben sich Ost und West eigentlich wieder vereinigt und da hat man auch Musik neu gedacht. Deshalb war es auch ein Symbol dafür, dass die Stadt zusammenwächst. Teil dieser Aufbruchsstimmung war in gewisser Hinsicht auch großen Stolz. Das erste Konzert, der erste Song und dann steht Anna in einem transparenten Oberteil da. Und ich habe gedacht, wow. Die Themen unserer Lieder waren dann eigentlich Sex, Sex, Sex. Als ich dann Musikchef der Universal wurde, habe ich meiner Assistentin einen Zettel für ihren Tisch gemalt. Es geht um großen Stolz, Rammstein, Rieu, Renner. Von den Sachen, die wir unter Vertrag haben, sind das die drei Künstler mit wahrscheinlich dem höchsten Potenzial. Das ist alles, was wir brauchen, doch viel mehr als große Worte. Lass das alles hinter dir, fang nochmal von vorne an, denn Liebe ist alles. Liebe ist alles. Großartige Zeile. Großartiger Song. Das ist alles, was wir brauchen, doch viel mehr als große Worte. Lass das alles hinter dir, fang nochmal von vorne an, denn Liebe ist alles. Liebe ist alles. Liebe ist alles. Dass sie eben nicht nur die Lieder singt oder die Melodien singt, sondern sie singt die Texte. Das ist die Fähigkeit sozusagen, den Text zu empfinden und den Moment des Singens so über die Bühnenkante zu bringen, dass den Leuten die Tränen in den Augen stehen. Das hat sie drauf. Wir waren ja auf so einen Berg gestiegen, ganz, ganz langsam und wir wussten, es geht gar nicht höher. Es gibt keine höhere Stufe. Vielen Dank. Ganz logisch geht es ja dann auch wieder runter. Hab so viele Narben von dir. Es war ein irrer, irrer Druck. Und dann spielten wir ein paar Tage später in Hamburg und ich krieg die größte Panikattacke meines Lebens auf der Bühne. Das dramatische Ende der Tour. Nee, da rede ich nicht gerne drüber. Ich konnte immer nicht mehr aufhören zu weinen. Und ich dachte immer, das kann ich meinem Publikum nicht antun. Ich habe mich so geschämt, weil ich wusste, ich werde nicht mehr auf die Bühne gehen. Am Ende des Tages, man raucht sich einfach auch richtig auf, wenn man hier oben, wenn man lange oben mitspielen will. Du musst einfach ein Stück deiner Seele geben.